Am Mittwoch fällt am Morgen Schnee und die Temperatur liegt bei 0 Grad. Im weiteren Tagesverlauf überwiegt vom Nachmittag bis abends dichte Bewölkung, aber es bleibt trocken bei Temperaturen von 2 bis 4 Grad. In der Nacht auf Donnerstag dann bleibt die Wolkendecke geschlossen bei einer Temperatur von 3 Grad. Die Wolkendecke geschlossen bei Temperaturen von 3 Grad.